und es wird auch noch geändert sieht total kacke aus genauso wie da normalerweise muss ich das auch noch mal verbreiten das hat man wohl davon wenn man nicht planen kann man nur so vor dass die musik so laut das ist auch irgendwie total logisch dass ich die holztrappen mit holz schneller abbaue als mit axt oder sonst irgendwas so und jetzt so ich hoffe das reicht ich brauche unbedingt mehr das könnte vielleicht reichen boah schau grad da ist ein creeper hoi baum Ach, du Verkackter. Das habe ich denn. Das sieht so doof aus, irgendwie. Warte mal. Das ist nur Treppe, das ist nur Treppe, das ist nur Treppe. Das ist auch nur Treppe. Ach, ich muss das Dach ja noch vergrößern. Ach ja. Das kommt wieder weg, weil da kommt eine Treppe hin, das da schön symmetrisch aussieht. Dann kommt der hier zack 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 zack. Und da. Nein. Das kommt auch weg. Da kommt eine Treppe hin. Und dann zack und zack. Und dann kommt da sowas hin. Und da. Und das muss weg. Weg, 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 hopp. Damit das gut aussieht. Beziehungsweise akzeptabel. Gut sieht sehr ähnlich aus. Ich will jetzt auch nie aussehen. Weil gut kann ich nicht bauen. Zack. Zack. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das sage gemacht habe. Treppe, Treppe. Treppe, Treppe. Okay. Und dann da das hin. Und da kommt Holz hin. Da kommt Holz hin. Und da kommt Holz hin. Da kommt Holz hin. Und da kommt eine Treppe hin. Und da kommt Holz hin. Und so weiter. Obwohl, das kann ich halt lassen. Das sieht auch dann so ein bisschen besser aus, oder? Ja, naja. Na ja. Direkt vor das Gesicht gebaut. Gut. So. Dahin. Wunder gefallen. Ach Gott. Nein. Unbes reflect after for the time. Und ganz gl part. Unbes reflect. Die Playlist ist von Jam-Let's-Play. Oder Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall, ich muss da irgendeine nehmen, weil ich brauch ja Unterhaltung. Das sieht so kacke aus. Das sieht aber symmetrisch aus, was er das hier. Ha, du kriegst. Sieht viel besser aus. Mach ich nur noch 6. So, zack. Das passt jetzt. Da mach ich das. Mach ich mal noch so. Hier muss noch 1 sein und das war's dann glaube ich. Und dann sieht's doch schon wieder akzeptabel aus. Wo sind's denn? Da. Ich muss immer wieder suchen. Das wieder zurück an die Wand. Aber diesmal war's anders. Das war ganz anders. So, ganz anders auch wieder nicht. Einfach mal. Zack, zack, zack. Und die Workbench dahin. Kiste weg. Ah, ich brauch nur eine. Schlimm. Kiste. Kiste. Wo ist ne Kiste hin? Bin ich blind? Hierاب current. Ach, das ist dein letztes und. Ach, ok. So. Weg. 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 Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Und das. Und das. Dort also... Das kann da bleiben. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. 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 Das lasse ich mal da bevor ich sterbe, das kann weg, das bleibt da. Ähm, Dirt nehme ich mal mit. Holz brauch ich nicht. So. Zack und zack. Und dann passt das auch. Dann kann das wieder da hin, das da hin und das da hin. Ach ne, das scheint, das ist unwichtig. So, da haben wir eine kleine Grundlage. Ich mach mir noch ein bisschen Brot. Brot hab ich schnell gegessen, ja. Und schwupp. Und, jo. Ähm, hoffe es hat euch gefallen. Ich hab jetzt nicht so wenig geredet. Und, jo. Bis demnächst dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.